Ja, hier oben habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, hier steht noch die Stevie Wonder Box, aber da muss ich halt nochmal ein Unboxing machen, deshalb lasse ich die mal noch links liegen. Hier, apropos Rockmusik, altes Kaliber, Book of Souls, Iron Maiden. Iron Maiden hat mein bester Freund damals richtig viel gehört und dadurch ich natürlich auch und dann Number of the Beast und keine Ahnung was, We Run the Hills, was auch immer. Aber alles hat mich begleitet und dieses Album ist echt sehr, sehr geil geworden. Also ein neues Album kam, glaube ich, letztes Jahr raus, vorletztes Jahr, ich weiß nicht, letztes, glaube ich. Ich habe ein paar Lieder online gehört und dachte dann, ey, das ist so geil, kaufst du dir. Manchmal muss man ja auch einfach kaufen. Das ist natürlich scheiße, das passt jetzt überhaupt nicht rein, also ich muss es jetzt hier so daneben stellen. Aber eigentlich wollte ich da gar keine DVD-Sahlungen draus machen. Naja, was sollts. Naja, was sollts. Naja.